Herzlich willkommen. Ethereum's jüngstes Update hat einige Neuerungen auf das Netzwerk des Projektes gebracht und hat neuerlich die Aufmerksamkeit auf Vitalik Buterans Projekt gerichtet. Neben bereits jetzt spürbaren Entwicklungen stehen bis zum Jahresende weitere wichtige Updates an, welche die Ethereum-Blockchain für immer verändern werden. Welche massiven Auswirkungen dieses Update auf die Ethereum-Blockchain und den Preis von Ethereum haben wird, besprechen wir im heutigen Video. Wie viele wissen, sind wir der breit gestreuteste Kryptokanal mit den größten Hintergrundinformationen. Seriös und auf den Punkt gebracht. Um uns zu unterstützen, gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Und für alle, die Bitcoin und Kryptowährungen jetzt kaufen möchten, können wir die Börse ProBit empfehlen. Sie ist besonders im asiatischen Raum, in welchem Kryptowährungen boomen, sehr bekannt. Außerdem gibt es derzeit eine Aktion mit 50% auf Axie Infinity. Damit könnt ihr AXS, die Währung hinter Axie Infinity, mit 50% reduzierten Gebühren kaufen. Die Aktion beginnt am 24. August. Den Link zur Aktion findet ihr in der Videobeschreibung. Seit den Anfängen von Kryptowährungen ist Bitcoin die größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Frage, die jedoch zunehmend gestellt wird, ist, wie lange das noch der Fall sein wird. Ethereum war lange Zeit der einzige wirkliche Herausforderer von Bitcoin, doch litt lange Zeit unter verschiedensten Problemen, welche das Projekt zurückhielten. Nach und nach hat sich das Blockchain-Unternehmen dennoch als das Herzstück vieler Projekte des dezentralen Finanzsektors sowie von NFT- und Blockchain-basierter Gaming-Apps etabliert. Das Ethereum-Ökosystem ist heutzutage eines der größten seiner Art und beherbergt etliche florierende Projekte aus verschiedensten Bereichen der Kryptosphäre. Das zuletzt angekündigte und kürzlich tatsächlich durchgeführte London-Update war hierbei ein großer Schritt des Projektes in Richtung einer endgültigen Lösung vieler der angesprochenen Probleme und dem voraussichtlich bis Ende des Jahres in Kraft tretenden Ethereum 2.0-Übergangs. Einige Experten sehen hierbei bereits eine Veränderung, welche die Vorherrschaft Bitcoins durch einen neuerlichen Sturm auf Ethereum beenden könnte. Ethereum ist grundsätzlich eine Technologie, die sich der Blockchain-Technologie bedient, um Peer-to-Peer-Verträge zu ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verträgen, die in menschlicher Sprache verfasst sind, werden diese Smart Contracts in Code geschrieben, die ein Computer wiederum ausführen kann. Das Ethereum-Netzwerk fungiert hierbei als ein einziger dezentraler Computer, der den Code ausführt, was bedeutet, dass alle Computer im Netzwerk mit dem Ergebnis jedes Smart Contracts einverstanden sind. Um das Netzwerk betreiben zu können, benötigen die Entwickler eine Art Treibstoff, dessen Zweck der Ethereum-Token ETH erfüllt. Er wird verwendet, um Transaktionsgebühren und Rechenleistungen zu bezahlen. Wenn Benutzer Smart Contracts senden oder empfangen, werden Computer benötigt, um diese Transaktionen zu validieren. Ethereum-Token entstehen in diesem Zusammenhang durch eine erfolgreiche Validierung, auch Mining genannt. Ein Prozess, den ein zukünftiges Update grundlegend verändern will. Aber dazu kommen wir später. Zur Erinnerung, wobei es bei diesem sogenannten London-Update ging. Das Ethereum London Hard Fork Upgrade besteht aus einer Reihe von fünf Verbesserungsvorschlägen. Einer von ihnen, das Ethereum Improvement Proposal 1559, kurz EIP 1559. Er zählt darauf ab, das Ethereum-Mining zu beschleunigen und neue Anreize dafür zu schaffen. Im Vergleich zu Bitcoin gibt es aktuell keine Begrenzung für das Mining von Ethereum-Münzen, was es im Kern zu einer inflationären Kryptowährung macht. Miner erhalten für die Validierung jedes Informationsblocks neue Ethereum-Token. Vergütet werden sie hierbei mit Transaktionsgebühren, welche von den Nutzern getragen werden. Einer der größten Vorteile des London-Update ist, dass es dem Ethereum-Netzwerk ermöglicht, mehr Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten und in Zukunft eine deutlich transparentere Kostensstruktur zu ermöglichen. In der Vergangenheit waren die unkontrollierbaren und oftmals enorm hohen Transaktionskosten Ziel der Kritik der Community. Der letzte Ansturm auf das NFT-Projekt Stoner Cats ließ erst kürzlich vor der Durchführung des Updates die Transaktionskosten auf über 30 Dollar ansteigen und brachte das Netzwerk an seine Leistungsgrenzen. Neben mehr Transparenz soll das EIP-1559-Update ebenfalls eine stetige Verringerung der im Umlauf befindlichen Ethereum-Tokens mit sich bringen, indem ein Anteil der Transaktionskosten verbrannt werden und somit aus dem Gesamtangebot gelöscht werden soll. Ethereum könnte diesem Umstand zufolge zunehmend deflationär werden. Laut Analytikseite ultrasound.money sind seit dem Aktivwerden des Updates bereits über 36.700 Ethereum-Coins verbrannt worden, was einem Dollarwert von über 198 Millionen entspricht. Obwohl das besagte London-Update bereits einen großen Hype und Kurssteigerungen mit sich brachte, ist das wahre Highlight wohl der für die nächsten sechs bis zwölf Monate angekündigte Umstieg auf Ethereum 2.0. Der große Game-Changer ist hierbei der Umstieg von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Wie Bitcoin verwendet auch Ethereum derzeit ein Konsensprotokoll namens Proof-of-Work. Dies ermöglicht es den Kunden des Ethereum-Netzwerks, sich über den Stand aller in der Ethereum-Blockchain aufgezeichneten Informationen zu einigen und verhindert bestimmte Arten von Angriffen. Proof-of-Work ist der Mechanismus, der es dem dezentralen Ethereum-Netzwerk ermöglicht, sich auf Dinge wie Kontostände und die Reihenfolge von Transaktionen zu einigen. Dies verhindert, dass Nutzer ihre Münzen doppelt ausgeben und stellt sicher, dass die Ethereum-Kette unglaublich schwer anzugreifen oder zu überschreiben ist. Der Nachteil dieser Methode sind hohe Energieanforderungen und die Notwendigkeit, leistungsstarke Computer, auch Mining-Rigs genannt, zur Verarbeitung zu nutzen. Insbesondere durch aufkommende Umweltbedenken bezüglich Kryptomining im Frühjahr geriet diese Methode in Kritik und befeuerte erneut das Bestreben vieler Projekte auf energieschonendere Prozesse umzusteigen, sowohl durch die Nutzung nachhaltigerer Energiequellen als auch die Entwicklung neuer Methoden. Planungsgemäß wird in den kommenden Monaten das Proof-of-Work-Verfahren schrittweise durch den Proof-of-Stake-Konsens ersetzt werden, was somit auch das klassische Mining aus dem Ethereum-Netzwerk drängt. Proof-of-Stake ist eine Art Konsensmechanismus, der von Blockchain-Netzwerken verwendet wird, um einen verteilten Konsens zu erreichen. Er erfordert, dass Nutzer ihre ETH-Token einsetzen, um ein Validator im Netzwerk zu werden. Validatoren sind für dasselbe verantwortlich wie die Miner bei Proof-of-Work. Sie verarbeiten Transaktionen und erstellen zeitgleich neue Blöcke, damit sich alle Knoten auf den Zustand des Netzwerks einigen können. Proof-of-Stake bringt zudem eine Reihe von Verbesserungen gegenüber Proof-of-Work mit sich. Bessere Energieeffizienz, da man deutlich weniger Energie für das Mining von Blöcken aufwenden muss, niedrigere Einstiegshürden sowie geringere Hardware-Anforderungen, weil man keine High-End-Hardware benötigt, um eine Chance zu haben, neue Blöcke zu erzeugen. Eine stärkere Immunität gegen Zentralisierung, da Proof-of-Stake zu einer höheren Anzahl an Knoten im Netzwerk führen sollte. Und stärkere Unterstützung für Shard-Chains, welche eine weitere wichtige Verbesserung für die Skalierung des Ethereum-Netzwerks darstellen sollen. Wie wir kürzlich berichteten, handelt es sich bei Sharding um die Aufteilung größerer Prozesse in mehrere kleine, unabhängigere Unterprozesse, was wiederum eine Entlastung und bessere Skalierbarkeit mit sich bringen sollte. Neben besagten Umstiegsplänen auf Ethereum 2.0, welche soweit große Aufmerksamkeit auf das Projekt gezogen haben, gibt es auch gewisse Indikatoren, welche den Optimismus gegenüber Ethereum schwarz auf weiß belegen. Ähnlich wie bei Bitcoin ist es auch bei Ethereum zu verzeichnen, dass die Gesamtzahl an Ethereum-Token auf Kryptobörsen seit Beginn des Jahres rückläufig ist. Einerseits ist das im Rahmen des 2.0-Updates durchgeführte Staking von Ethereum-Tokens hierfür verantwortlich, andererseits scheinen sich Anleger zunehmend dafür zu entscheiden, ihre Kryptowährungen langfristig zu halten und nicht von temporären Schwankungen beeinflussen zu lassen. Mittel- bis langfristig kann diese Angebotsverengung in Verbindung mit der generellen Marktstimmung sowie dem Update-Hype zu einem starken Anstieg des ETH-Kurses führen. Zusätzlich ist zu betonen, dass eine zunehmende Menge an Ethereum-Token in Smart Contracts fixiert sind, welche zumeist im Bereich von dezentralen Finanzinstrumenten zum Einsatz kommen. Während jene Daten äußerst positive Entwicklungen suggerieren, scheinen auch Wall-Street-Investmenthäuser wie Goldman Sachs den Wert von Vitalik Buterans Projekt erkannt zu haben. Dem Investmentriesen zufolge hat Ethereum großes Potenzial, in naher Zukunft Bitcoin vom ersten Platz der Kryptowährungen abzulösen und zur größten Kryptowährung der Welt zu werden. Die Bank sagte hierzu, dass Ethereum derzeit die Kryptowährung mit dem höchsten realen Nutzungspotenzial ist, da Ethereum die beliebteste Entwicklungsplattform für Smart Contract-Anwendungen und das Herzstück von DeFi ist. Jene Aussage folgt einem im Mai veröffentlichten Bericht, in dem das Potenzial von Kryptowährungen als Anlageklasse diskutiert und unterstrichen wurde. US-Banken hatten dieses Jahr generell zunehmend damit begonnen, ihren Kunden Kryptowährungen, zumeist im Rahmen von Bitcoin-basierten Finanzprodukten, anzubieten. Zusammenfassend ist das bevorstehende 2.0-Update von Ethereum definitiv ein riesiger Schritt, welcher die weitere Entwicklung des Projektes nachhaltig beeinflussen wird. Ein tatsächliches Flippen von Bitcoin durch Ethereum würde voraussetzen, dass Ethereum seine Marktkapitalisierung mehr als verdoppelt, was Hand in Hand mit gängigen 10k-Prognosen bis Ende des Jahres oder zumindest mit der Durchführung des Updates gehen würde. Anleger sollten diese Neuerungen definitiv nicht aus den Augen verlieren. Wir halten fest. Nachdem Ethereum erst kürzlich erfolgreich das sogenannte London-Update durchführte, welches eine Veränderung bei der Verarbeitung von Transaktionskosten brachte, bereitet sich das Projekt aktuell auf die nächste große Etappe vor. Das für die nächsten 6 bis 12 Monate geplante Ethereum 2.0-Update wird der Blockchain den Umstieg von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake bringen und somit zukünftig deutlich effizienter und ressourcenschonender laufen. Bereits jetzt sind äußerst positive Indikatoren für alle Ethereum-Anleger zu vermerken, welche auf große Kurssprünge schließen lassen, sobald das besagte Update erfolgreich umgesetzt wird. Ethereum-Investoren sollten das Projekt in den nächsten Monaten jedenfalls genau im Blickfeld behalten. Keine Sorge, wir halten euch stets auf dem Laufenden. Was denkt ihr über Ethereums Pläne? Schreibt es uns in die Kommentare.